Manuel Fettner Laut Wikipedia, Manuel Fettner ist ein österreichischer Skispringer. Er springt für den SV Innsbruck-Bergiesel. Freunde, heute haben wir einen besonderen Leckerbissen für euch. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um euch in diesen Zeiten besonders gut zu unterhalten. Und dazu braucht es besondere Gäste. Meine Damen und Herren, mit stolz geschwächter Brust präsentiere ich euch den für mich coolsten Skispringer aller Zeiten, Manuel Fettner. Danke, danke. Hallo. Hallo Manuel und auch hallo lieber Christian, der auf der zweiten Leitung mir zugeschaltet ist. Ja, hallo lieber Oliver. Ich freue mich, dich zu sehen über Skype diesmal nicht in Natura. Und ich freue mich auch, den Manuel zu sehen, der auch über Skype-Video zugeschaltet ist. Hallo Manuel. Hallo Christian, danke vielmals. Du, lieber Christian, bevor wir zu unserem Helden, der eben heute persönlich da ist, kommen, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die uns zum ersten Mal hören. Magst du uns kurz vorstellen, wer sind denn wir eigentlich? Ja, das werden viele sein bei so einem Stargast. Da wird es viele Hörer geben, die jetzt neu dazukommen. Ja, natürlich mache ich das gern, lieber Oliver. Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts. Das sind genau mein lieber Freund der Oliver und ich, der Christian. Wir machen 14-tägig einen Podcast für euch, für alle da draußen, die sich manchmal auch ein bisschen langweilen und bringen immer interessante Themen und auch immer einen Held der Woche. Und der ist in diesem Fall unser Starskispringer Manuel Fettner. Sehr schön. Erreichen kann man uns auf www.derpodcast.de und wir freuen uns über Kommentare, Bewertungen, alles, was man da immer so sagt am Anfang. Aber das soll es auch schon gewesen sein. Jetzt kommen wir zu dir, mein lieber Manuel. Weil vielleicht für diejenigen, die dich nicht kennen, soll es ja vielleicht auch den einen oder anderen geben. Magst du dir auch mal kurz vorstellen? Ich komme mir schon vor wie der Rudy Carell. Stell uns die dir vor. Ja, grüß euch. Ich bin der Manuel Fettner. Ich bin Skispringer. In Quarantäne. So wie jeder im Moment. Und haben mir gedacht, ja, ich freue mich jetzt auf eine gute Unterhaltung mit euch. Dem ist gewiss. Dem ist gewiss. Ja, wie geht es dir so und deinen Liebsten in der Isolation und wie ist die Lage in Innsbruck? Du bist ja quasi unser Korrespondent heute da. Ja, genau. Ich kann es dir gar nicht wirklich sagen, weil ich darf hier nicht ausgehen. Also eigentlich ist, glaube ich, die Lage ziemlich ruhig. Also für mich hat sich gar nicht so viel verändert im Moment. Bin eh mehr oder weniger am Masterarbeit schreiben, die ganze Zeit daheim. Und ja, jetzt geht es halt den anderen auch so wie mir. Okay. Masterarbeit für was? Für ein Studium? Oder was machst du da gerade? General Management studiere ich. An der MBA mache ich in Salzburg beim IFM. Und ja, den habe ich so berufsbegleitend neben der Karriere halt angefangen, weil es relativ, weil das so relativ das Einzige war, was nebenher irgendwie gegangen ist, zumindest zeitlich zum Vereinbaren. Und ja, jetzt komme ich da dann doch langsam zum Ende. Und das freut mich. Okay. Ja, cool. Und Manuel, du hast ja die Saison schon beendet. Das heißt, du hast momentan auch wirklich deine Ruhe. Es ist jetzt nicht so, dass die jeden Tag Trainer anrufen und sagen, mach das, du das, halt dich fit. Oder wie ist das gerade so? Ja, fit halten tut man sich sowieso in der Regel selber. Also ab einem gewissen Alter braucht man dann immer einen Trainer, der was einem sagt. Das ist schon im eigenen Interesse an jedem Leistungssportler, dass er da selber dahinter ist. Ja, ich habe meine Saison frühzeitig beendet, weil ich gemerkt habe, es geht nicht. Und weil ich auch mehrere, sagen wir mal, medizinische Probleme dann auch noch zusammengekriege habe und eh schon gemerkt habe, dass der Leistungszustand im Moment nicht ganz passt. Und ja, da haben sich für mich dann mehrere Sachen ganz gut gefügt. Weil ich gesagt habe, es macht absolut keinen Sinn mehr, jetzt die Saison noch weiterhüpfen, sondern nach der Tournee aussteigen. Die drei Monate, was ich mir mit dem früheren Saisonende dafür quasi reinhole, nutze, um mein Studium zu beenden und um körperlich wieder fit zu werden, weil sonst hätte sich das Ganze natürlich wieder länger mitgezogen, weil viel Zeit für körperlichen Aufbau und für Studium bleibt halt nicht, wenn die Saison bis Ende März geht und Anfang April oder Mitte April dann schon wieder die nächste Saison quasi losgeht mit dem Training. Ja, das ist eh interessant, weil du sagst eh schon was, was zum Beispiel bei Interviews im ORF nicht so richtig rauskommt. Denke ich mir, das heißt, du warst einfach auch nicht auf der körperlichen Höhe und hast auch nicht deine hundertprozentigen Leistungen deswegen abrufen können. Weil das fällt mir zum Beispiel immer bei diesen kurzen Zwischendurch-Interviews. da wird einfach nur der eine Sprung hergenommen und analysiert und dann hast du halt, ja, okay, warum ist es nicht so gut gegangen heute oder warum ist es ein bisschen besser gegangen, aber dass da vielleicht was dahintersteckt, warum es nicht so gut geht oder immer besser, das wird kaum angesprochen. Ja, ich meine, prinzipiell ist es meistens bei uns schon so, dass das über eine ganze Saison lang geht, also die Ups und Downs sind ja doch oft nicht nur tagesabhängig, sondern eigentlich saison-saisonsabhängig, dass dann ein Athlet quasi eine super Saison hat und dann auch einmal im nächsten Jahr wieder keine so gute Saison. Da liegt halt natürlich schon sehr viel daran, dass man innerhalb der Saison dann eigentlich so gut wie nichts mehr verändern kann, das heißt, entweder passt es vor der Saison quasi alle Bausteine, die das Skispringen betreffen, wie zum Beispiel der körperliche auch einer davon ist oder das ganze Setup-Material und die Technik. Und wenn es halt nicht so passt oder zumindest Steilbereiche dann nicht so passen und sind die ganz, ganz schwer im Winter zu lösen, das heißt meistens geht dann quasi eine komplette Saison schon wieder flöten, weil man ja im Winter die Zeit, aber auch die Chancen oder die gut präparierten Chancen dann nicht hat, dass man außerhalb vom Wettkampf jetzt wirklich wieder grob was verändern könnte. Erstens gibt es relativ wenig Trainingschancen, die dann wirklich so gut präpariert sind, dass es auch Sinn macht. Zweitens hast du meistens auch keine Trainer, mit denen du nebenher dann noch trainieren könntest, weil im Prinzip sind ja dann deine Trainer, mit denen du trainierst, sind ja normal im Weltcup und die sind ja auch unterwegs. Und ja, das heißt, die Zeit im Winter und die Möglichkeiten im Winter sind ganz schwierig, dann jetzt große Schritte noch zu machen und das verlagert sich dann alles wieder dann auf die nächste Saison, in der man hoffentlich dann auch wieder besser aufgestellt ist. Apropos Trainer, da folgt mir, weil wir gleich so ernsthaft in die Thematik hineingestartet sind, da folgt mir natürlich irgendwas, wir sind ja ein lustiger Podcast auch. Ja, eben, ich habe jetzt eigentlich was anderes erwartet. Ja, da bist du, ich auch eigentlich, aber das ist immer so, das haben wir beim letzten Mal auch festgestellt. Das reinfinden in einen Podcast, in ein Gespräch, das dauert halt immer ein paar Minuten oder auch zehn Minuten, Viertelstunde, bis man dann richtig warm wird und dann wird es meistens ja lockerer und cooler. Und deswegen lockere ich das Ganze mal ein bisschen auf und sage, wir haben auch einen Trainer und zwar den Coach und der will immer wissen, was wir anhaben. Gut, dass du das ansprichst, Olli. Ja, eben, und deswegen will ich vorhin, er will eigentlich überhaupt nicht wissen, was unsere Gäste anhaben, hat er uns letztens ermahnt, er will eigentlich wissen, was wir anhaben und deswegen sage ich euch einmal, was ich anhab. Ich habe heute, das ist auch schon mal ein kleiner Spoiler für die Zukunft, ein schönes Jimi Hendrix-Level an. Extra für die, Fetty, weil ich ja weiß, dass du halt ein Mettler bist und halt ein Rock'n'Roller und genau, und meine Haare sind noch ein bisschen nass, weil ich bin vor unserem Gespräch sogar noch ein bisschen, komme vom Sport, kann man sagen, sozusagen, ja, fit halten. Ja, jetzt die auch fit. Ja, das ist sehr lobenswertig. Die verlaufen und ohne Begleitung von anderen Menschen, da geht es schon. Und was hast du an, lieber Christian? Ja, lieber Olli, nachdem uns der Dieter sonst wieder schimpft, sage ich das natürlich auch. Also, ich habe heute, ich bin schlicht gekleidet, habe ein schwarzes, langärmliges T-Shirt an, drunter übrigens ein T-Shirt, das ich mir in Sardinien gekauft habe, mit dem Sarbenkopf. Ich halte das einmal kurz in die Skype-Kamera. Also, schlicht gekleidet, weil wir sind ja alle daheim, da muss man sich nicht schick machen. Aber ich habe ein weißes Bandana um den Hals, nicht aus kosmetischen Gründen, sondern aus medizinischen. Ich habe mir auch eine kleine Erkältung angefangen. Also, falls meine Stimme auch ab und zu ein bisschen belegt ist, verzeiht mir das bitte. Es liegt jetzt nicht an meiner Motivation, sondern eher an der verstopften Nase. Ja, und insofern frage ich jetzt gerne auch unseren Stargast, den Fetty, was er gerade trägt. Ja, die Frage ist eigentlich eh super, weil normal müssen wir ja immer unsere Team-Kleidung tragen und die Sponsoren in die Welt hinaustragen und so kann ich das jetzt sogar beim Podcast machen. Also, ich habe meine Under-Armor-Schlafen an, meine Under-Armor-Socken an, meine Under-Armor-Jogginghose an und leider das falsche Oberteil, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. Da bin ich natürlich beim Olli, da bin ich auch sehr musiktechnisch angezogen, weil ich mir auch gedacht habe, die Sponsoren braucht man nicht unbedingt in einen Podcast einbauen, und schon gar nicht bei allem, wo es eigentlich um etwas Witziges geht. Ja, schade, ich hätte schon die Kasse klingen gehört. Ja, ja, da muss man die Millionen halt anders holen. Der Olli ist ja in dem Podcast zuständig, auch für das Finanzielle und ist da natürlich immer auf der Suche nach Sponsoren. Also, morgen schreibst bitte gleich eine Mail an einen Under-Armor, was die so springen lassen könnten für uns. Mit Sicherheit wird da einiges dabei raus, schade, für euch. Genau. Jetzt hat es ja sozusagen für dich und für deine Kollegen die Situation ergeben, es ist jetzt praktisch der Weltcup aus. Für die ein bisschen früher, wie gesagt, aber wie hast du irgendwas mitgekriegt? Du weißt nicht, auch von deinen Kollegen, von deinen Trainern, wie gingen die gerade mit der ganzen Situation um? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt relativ wenig mitgekriegt und bewusst aber auch relativ wenig mitgekriegt, weil es für mich dann doch einmal ganz fein war, jetzt wirklich einmal so einen kleinen Schnitt zu machen. Und ja, wenn ich mich mehr jetzt auf mein Studium konzentriere, dann brauche ich ja nicht so die Ablenkung, weil natürlich, wenn du 20 Jahre im Spitzensport drin bist, dann fieberst du bei allem mit und das beschäftigt dich natürlich nebenher auch immer wieder im Kopf und je mehr Kontakt ich dann da habe, desto weniger Abstand gewinne ich und deswegen habe ich bewusst mich versucht, so gut wie möglich da auszuklinken und nur ab und zu an der WhatsApp-Gruppe ein bisschen mitgeschaut, was gerade zur Sache ist. Die unvermeidliche WhatsApp-Gruppe, ja. Aber die springen an sich, hast du schon angeschaut, oder? Teilweise schon, ja. Weil, ja, das schaffe ich dann auch nicht, dass ich mich zu 100% dem entziehe, das geht halt nicht. Außerdem, dann noch mitfiebern, gerade mit Kraft, die Opa schafft, den Gesamteil gehabt, zum zweiten Mal zu holen. Das war schon super, zwar wie geschaut für ihn, dass die Saison halt früher abgesagt worden ist, weil es werden sowieso nur noch Chancen kommen, die was einem auf dem Leib geschneidet gewesen wären. Und natürlich macht es dann nochmal mehr Spaß, wenn man am Ende in Planitza, oder in dem Fall halt in Wickersund, die Trophäe überreicht bekommt und nicht quasi per Post. Aber ja, Gesamtwirkensieg ist Gesamtwirkensieg von dem her. Das stimmt. Die Statistik hinterher, die fragt dann immer noch, wie er zustande gekommen ist. Ja, ich wäre ja ganz gerne runtergefahren nach Planitza. Ich habe mir das tatsächlich überlegt, da ein bisschen Party zu machen, vorhin mit unserem gemeinsamen Freund, dem Diesel, vielleicht bei Noten gewesen war und wenn er Zeit gehabt hätte. Und ja, vielleicht warst ja du auch mitgegangen, Chrissy. Und Party machen. Oliver, da muss ich einhaken. Nenn mich bitte nicht Chrissy, sondern sag Christian zu mir. Das gefällt mir besser. Und wie gesagt, da möchte ich jetzt nochmal dagegen anmelden, dass du mich immer Chrissy nennst. Und ja, Ole, Planitza, gebe ich dir recht, Planitza ist immer nett. Da riecht es immer so nach Bleskowitza und Schliebowitz. Ist immer eine Riesenparty. Und außerdem wäre das heute gewesen. Also gestern und heute. Heute? Ja, also man muss dazu sagen, wir nehmen am 22.03. um 10.30 Uhr momentan ist es auf. Und weil ausstreuen werden wir wahrscheinlich erst in zwei Wochen. Schauen wir mal. Aber ja, voll. Unglaublich eigentlich. Aber ich wäre auch vor Ort gewesen. Da hätten wir uns zu dritt in Planitza getroffen. Weil es mich erstens sehr interessiert hat, die Skiflugwam zu sehen. Und zweitens, weil ich mir gedacht habe, für die Masterarbeit hätte ich dann alle vor Ort für Interviewbefragungen. Und ja, jetzt muss ich halt telefonieren und skypen. So wie jetzt. Däremst du dich fragen, was du für die Masterarbeit Tolles geplant hast oder nicht geplant hast, umgesetzt? Ja, im Social Media Bereich für Skispringen. Und ja, da brauche ich jetzt noch ein paar Interviews. Zum Glück habe ich ja die guten Zugänge. Von dem her ist das ja nicht so schwer. Und ja, hoffe ich, dass ich das mache. Du meinst, da haben sich die 20 Jahre Profisport im Skispringen gelohnt. Natürlich. Deswegen hast du das auch gemacht, oder? Du bist jetzt 20 Jahre Ski gesprungen, nur damit du eine Masterarbeit über das Skispringen springen kannst und einfach die Kontakte hast. Genau. War das so? War das dein Zugang? Der erste Grund, der Hauptgrund, sage ich mal. Genau. Ja, das ist dir ja vorher aufgegangen. Ja, weil das wäre cool gewesen. Im Plan jetzt, wenn wir uns gesehen hätten und da ein bisschen miteinander Spaß gehabt hätten. Und das schlagt da die Brücke zu dem, was ich als nächstes fragen wollte. Ja, woher kennen wir uns? Weil unsere Hörerinnen und Hörer haben vielleicht schon gemerkt, dass man doch leichte Vertrautheit ausstrahlt miteinander. Und von daher, Fette, kannst du überhaupt noch erinnern an unsere Begegnungen? Oder wie schaut es aus? Ja, also jetzt im Detail nicht, ehrlich gesagt. Ja, aber das, was auf alle Fälle mitschwingt, ist, dass es immer eine lustige Zeit war. Und ja, von dem her gehe ich mal davon aus, dass alle Begegnungen gut gewesen sind. Ich kann mir nichts Negatives erinnern. Aber ich wüsste jetzt ja nicht einmal, wann die erste Begegnung war. Also, was sagst du mir, Oli? Wann war die erste Begegnung? Die erste Begegnung? Ähm, die erste... Ja, das weiß ja ich natürlich nicht. Das ist ja keine Ahnung. Nein, aber ich glaube, so das erste Mal ein bisschen warm miteinander sind. Wir waren beim Novarok, wo wir miteinander Boccia gespielt haben, wo ich die natürlich schwerstens vernichtet habe. An das kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Ja, das wäre mit Sicherheit so sein, weil es ja eigentlich dein Sport ist. Ich schätze, auf der Schanze schaut es umgekehrt aus. Ich meine, du bist halt der Boccia-Profi und ich mache es halt nur hobbymäßig, das Cross-Boccia. Naja, das stimmt. Ja, und Festival-Boccia ist eine eigene Kategorie, das muss man auch sagen. Mit eigenen Handicaps. Genau. Ja, und auf der Schanze, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Das möchte ich mich verdanken. Nein, ich weiß es auch nicht. Ich habe ja einen Schlüsselbeinbruch gehabt und seitdem scheiße ich mir ja völlig in die Hosen und habe eigentlich quasi meine Karriere beendet nach einem Schlüsselbeinbruch. Aber davor, da war ja noch knackige, weißt du nicht, 2.30 oder so, da war noch alles wirklich gewesen für mich. Hast du eigentlich so gut recherchiert auf das Interview, dass du jetzt die Schlüsselbeinbrüche einbringen willst? Oder war das jetzt Zufall? Das war jetzt Zufall, weil ich habe natürlich nicht gut recherchiert, aber erläutere. Nein, ich habe ja schon 5 Schlüsselbeinbrüche gehabt. 4 davon in einem Jahr, das ist immer hin und her gegangen, links, rechts, links, rechts. Also so im 2-Monat-Rhythmus habe ich es wirklich geschafft. Keine Ahnung, wie ich damals dann habe, aber das war zum Glück gleich ein dummes Jahr. Und das waren eigentlich so meine einzigen möglichen Verletzungen. Und das Schlüsselbeinbrüche, seien wir uns ehrlich, sind ja nicht einmal wirkliche Verletzungen. Ich glaube, Oliver, das siehst du anders, oder? Wobei, es wird mit dir immer besser. Ich bist ja doch länger. Der Erste war der Schlimmste. Ich glaube, da gibt es verschiedene Kategorien. Und ich habe da einen ziemlich ungern gehabt, weil ich habe zweimal im Armknochen quasi einen Knacks gehabt. Und da war der Skiabdruck quasi genau drauf. Ich habe leider mein Gewicht nicht nach hinten gebracht, wie ich ins Graus eingefahren bin beim Mattenspringen. Und dann hat es mir viergezupft und bin genau am Ski gelandet. Und von daher war das tatsächlich eine ziemlich langwierige und komplizierte Sache bei mir. Und das ist sogar immer noch ein bisschen taub. Ich bin operiert worden mit Platte und allem drum und dran. Aber Oli, schau, um dir auch Mut zu machen, der erste Schlüssel beim Bruch ist der Schlimmste. Die nächsten vier, die steckst du weg mit links. Genau. Genau. Ja, aber lieber Manuel, wir kennen uns auch. Und zwar, ich weiß es noch ganz genau, wir haben uns zum ersten Mal gesehen. Und ich erzähle das jetzt, weil unser Coach, der Dida, immer sagt, man soll ja ein bisschen private Geschichten erzählen. Also, wir haben uns zum ersten Mal gesehen 2013 in St. Pölten beim Frequency Festival. Da warst du mit einem lieben Kollegen von dir, dem Martin Koch und mit einem eurer Trainer, mit dem Alexander Tiss am Frequency. Und wir waren auch dort und haben uns da ein paar Mal getroffen. Da habe ich zumindest auch wenige Erinnerungen daran, aber sehr gute an dieses schöne Festival. Ja, kann ich nur bestätigen. Also, ich habe auch selten schlechte Erinnerungen an irgendein Festival gehabt. Hätte ich mal generell schon gesagt. Und natürlich an die ganzen Begegnungen auch. Ja, Shoutout zu der Diesel an der Stelle. Liebe, liebe Grüße, Alex. Ja, du bist sowieso der Allerbeste. Und herzliche Grüße geben zum Diesel-Aussee, falls du das hörst. Wir werden es da schicken. Von uns allen, genau. Genau, du wirst das hören müssen. Bei der Oli wird es da schicken. Ja, Alex, auch von meiner Seite, liebe Grüße natürlich. Vielleicht sieht man sich wieder mal auf einem Festival oder auch bei einem Grillen irgendwo. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, aus Novorak kommen sie uns ja heuer leider. Also, werden sie uns vermutlich auch canceln. Hoffentlich nicht. Da wäre die nächste Gelegenheit für die, lieber Christian. Weil der Fette und ich haben schon gehoerten. Und der Diesel auch. Ja, Novorak. Novorak ist mir zu staubig. Ich meine, das war das Frequency in Wahrheit auch. Aber, ja, schauen wir mal. Aber du hättest dein Halsdürfel dabei. Das freichest du ja nur. Ja, das hätt ich dabei. Das stimmt, ja. Das wird dann wieder gebraucht werden, ja. Oder die Corona-Schutzmasken. Ja, stimmt. Also, eigentlich müssten die Leute jetzt eigentlich auch gut fürs Novorak gerüstet sein. Weil einfach die Corona-Schutzmaske wiederverwenden. Wenn es staubt am Festival. Gut. Ja, Oli. Festivals. Gibt es noch Festival-Themen? Eigentlich nicht, gell? Nein, wir können schlustracks zum nächsten Thema überleiten. Aber bitte, du wolltest gerade was sagen. Nein, ich wollte eigentlich ganz gerne nochmal drauf zurückkommen. Du hast das eh schon ein bisschen angesprochen. So Interviews, die man als Sportler geben muss. Bis zu einem gewissen Grad ist ja der heutige Podcast auch eine Interview-Situation. Aber wir haben es gemütlich. Wir haben länger Zeit, gemütlich zu plaudern. Aber bei so einem drei-Minuten-Interview nach Ansprung, in Wahrheit, ich stelle mir das immer so vor, das ist ja für euch Skispringer wahnsinnig nervig. Stimmt. Was kann man groß sagen in drei Minuten? Also da kann ich eigentlich gar nicht viel dazu sagen, weil du hast es ja schon komplett richtig formuliert. Erstens sind die Fragen sowieso immer die gleichen, was auch logisch ist. Und ja, ich meine natürlich ist es feiner, wenn der Sprung gut war, als wenn er schlecht war, weil dann bist du eh schon schlecht gelaunt. Aber ja, in 90 Prozent der Fällen ist es einfach sinnlos, ja. Es ist furchtbar, seien wir uns ehrlich. Ich denke mir so auch jetzt, so wie heuer jetzt, wenn ich halt dann zwei, drei Monate ninspringe, wenn ich mir das anschaue. Und jetzt gerade als Springer bist du ja doch noch eher in der Materie und die interessiert vielleicht gewisse Details doch noch mehr, als wir jetzt als normaler Zuschauer. Aber also aus den Standard-Interviews, egal von welchem Sender, da kann man einfach nicht wirklich was mitnehmen davon. Ja, und ihr Springer kommt es nicht gut weg auch dabei. Es ist dadurch, dass immer derselbe Brei ist, kriegt man einfach auch kein Profil. Es ist voll traurig. Es ist so eine 0815-Situation. Jeder muss die gleichen Antworten geben. Ja, wie zufrieden waren Sie mit dem ersten Durchgang? Wie ist das Gefühl für den zweiten Durchgang? Ja, Moment einmal, Oli, da muss ich einhaken, weil wie zufrieden, das fragen Sie ja gar nicht einmal. Sondern was mich so wahnsinnig nervt, sind diese Wie-sehr-Fragen. Wie sehr zufrieden sind Sie? Also dieses Zuspitzen, Anu, auf das Wie-sehr. Sehr, sehr oder weniger sehr? Ja, genau. Ein bisschen sehr. Das ist echt was, was ich überhaupt nicht ausholte, diese Wie-sehr-Fragen. Und ja, ich denke mal, man kann eigentlich schon nicht mehr zuhören. Nein, ich glaube auch, dass da schon noch einiges an Verbesserungspotenzial gehen wird. Aber ja, habe ich das jetzt auch gesagt? Aber man kennt dich ja auch in Interviews, Manuel, dass du da schon sehr authentisch und auch sehr direkt reagierst. Ich glaube, da hat es eher ein Interview gegeben, wo auch wieder so, nachdem du bei dichtem Schneefall nach dem ersten Durchgang ausgeschieden bist, die Frage gestellt wurde, wie zufrieden bist du? Und da hast du eigentlich eine ganz gute Antwort gegeben, nämlich genau die richtige. Was ist denn das für eine saublöde Frage? Das würde mir wirklich von vielen Sportlern wünschen, dass sie das sagen. Ja, eh, aber wie du schon davor gesagt hast, schlussendlich müsstest du das so oft sagen, dass du nur selber wieder schlecht wegkommst dabei. Schlussendlich zwingt ja keiner, jemanden zum Interview zu gehen. Auf der anderen Seite kannst du halt da die Sponsoren präsentieren. Und ja, da verzichtet natürlich auch keiner drauf, obwohl er natürlich weiß, ja, jetzt stelle ich mich da hin und eigentlich interessiert sich keinen. Also, so wirklich entziehen kann man sich nicht? Theoretisch schon, aber kann man dann auch wieder fast nicht machen, wenn man davon natürlich auch leben will. Ja, verständlich. Ja, du, als kleine Auflockerung wiederum, hätte ich an der Stelle eine Rubrik unseres Podcasts geplant. Die heißt Der Quiz. Und den würde ich ganz gern in dem Fall jetzt kurz einstreuen. Und da würde ich euch Der Quiz, ja. Und ich habe mir immer gedacht, die Rubrik heißt Der Quiz mit dem Olli und dem Chris. Aber du belehrst mir jetzt gerade eines Besseren. Ja, weil er darf ja nicht mehr Chris sagen, oder? Bitte? Er darf ja nicht mehr Chris sagen, deswegen passt der Reimer nicht mehr, oder? Oh ja, Chris darf er sagen, Christian ist mir lieber, aber Chrissy geht halt nicht. Das sagt er die ganze Zeit. Ah, Chrissy, okay. Noch lieber Chrissy. Okay. Also, ich würde euch da gegeneinander antreten lassen und werde jetzt einmal den Jingle einspülen, den ihr allerdings jetzt nicht hört, weil dann werde ich später erst einspülen in der Nachbearbeitung. Der Quiz mit dem Olli und dem Pessi. Es geht los. Seid ihr bereit? Willst du überhaupt mitmachen, Manuel? Das ist so ähnlich wie bei den Interviews, oder? Nach dem Sprung. Mhm. Eine Suggestivfrage. Eine absolute Suggestivfrage. Welches war ja nur dein Sponsoren-Nenner? Also, ich habe ein T-Shirt, das habe ich noch vergessen, von System of the Downer. Mhm. Du hast dich vorher extra umgezogen, gell? Ich habe mich ausgezogen, weil man ziemlich warm warm ist. Und man dachte, jetzt mache ich das Fenster nicht noch weiter auf, sonst wird der Ton, die Tonqualität wahrscheinlich gestört. Wobei mittlerweile ist draußen in Innsbruck eh ruhiger wie drin. Und, ja, dann fangen wir an, wird schon schief gehen. Außerdem, was gibt es zu gewinnen? Es gibt zu gewinnen zwei Packungen Toilettenpapier. Zwei Tickets für Novarock, aber nur dann, wenn es abgesagt wird. Weil dann haben wir zwei zu vergeben. Genau. So schaut es aus. Also, der Quiz, passend zu unserer ORF-Diskussion, heißt der Quiz dieses Mal, Jirka oder Roscher? Das heißt, ich stelle jetzt fünf Fragen an euch beide, ihr spielt es gegeneinander. Und müsst ihr beide die Antwort entweder Jirka oder Roscher geben. Bereit? Frage Nummer eins. Geht es darum, wer schneller ist? Nein, einfach beide dürfen antworten und nachher wird abgerechnet. Also, los geht's. Richtige Antworten eigentlich, oder? Ja. Müssen wir haben. Richtige Antworten. Gut. Nummer eins. Geboren am 2. Mai 1969. Jirka oder Roscher? Nachdem der Boris Jirka so jugendlich wirkt, tippe ich dir mal auf den Roscher. Ja, mit Sicherheit, ja, weil das ist doch schon, das sind normal 16 Jahre mehr wie ich, also ich würde da auf mich roscher, tippe ich dir mal auf den Roscher. Es ist der Jirka. Hat sich gut gehalten. Ja, ja, absolut. Ja, ja, absolut. Frage Nummer zwei. Studierte an der Universität Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaften sowie Psychologie, schloss das Studium aber nicht ab. Jirka oder Roscher? Ja, das ist ja eigentlich auch belanglos, oder? Aber ich sage jetzt einmal roscher. Also bleibst du deiner Linie treu. Du musst immer beim Gleichen bleiben, weil dann wirst du schon ein, zweimal treffen. Ich sage, genau, ich sage jetzt fünfmal roscher und hoffe, dass der Oli sich überlegt hat, dreimal den Roscher als Antwort zu geben. Sehr schlau. Boris Kassner Jirka, weil es mir völlig wurscht ist. Ja, es ist der Roscher. Frage Nummer drei. Ja. Siehst du das? Ah, die Strategie geht auf. Ja, ja, das Ticket kommt immer näher. Frage Nummer drei. Ist verheiratet und hat vier Kinder. Da weiß ich sogar, wie viele Kinder der andere auch hat. Jirka oder Roscher? Ich sage Roscher. Ja, ich eigentlich auch, aber ist der noch verheiratet? Das glaube ich nämlich nicht. Aber ja. Nein, doch. Ich weiß es nicht. Aber für die Kinder her, glaube ich, ist sogar der Roscher. Auch wenn es jetzt nichts bringt. Ja, bleiben wir. Also die Kinder, ob er verheiratet ist oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Aber das habe ich so im Internet gelesen. Roscher. Der Jirka hat drei. Frage Nummer vier. War eine Zeitlagen freiwilliger Sanitäter beim Roten Kreuz und lieh dem Sprach-Dialog-System der Leitzentrale von 144 Notruf Niederösterreich seine Stimme. Roscher oder Jirka? Jirka. Würde ich auch sagen, aber ich bleibe jetzt meiner Linie treu und sage wieder Roscher. Es ist der Jirka. Damit Satz wieder gleich auf, Burschen. Und es ist tatsächlich die fabelhafte Situation, dass es jetzt um die goldene Ananas geht. Wer, Frage Nummer fünf. Wer hat mehr Likes auf Facebook? Roscher oder Jirka? Auf Facebook. Nachdem wir jetzt wissen, dass der Roscher so alt ist. Achso, nein, der Jirka war es heute. Ne, wurscht. Ich sage trotzdem Roscher. Ja, passt. Dann bleibe ich auch meiner Linie treu und sage Jirka. Und ich glaube aber auch, dass der Jirka ist. Leider, lieber Manuel Fettner, muss ich dir jetzt sagen, du hast dein Novorak-Ticket verloren. Aber nur, wenn es nicht stattfindet. Es ist der Roscher. Nur, wenn es nicht stattfindet. Es ist der Roscher. Und der Jirka, meine lieben Freunde, ist nicht einmal auf Facebook. Überhaupt nicht. Wahnsinn. Ja, sehr schön. Das freut mich, dass ich einmal in meinem Leben an Skispringer geschlagen habe. Weil auf der Schanze würde mir das ja nie gelingen. Aber im Quiz, da geht sowas. Das ist schön. Jetzt haben wir die beide schon mal besiegt. Ich die im Boccia und der Chrissy hat die jetzt im Quiz. Chrissy-Quissy. Na, Wahnsinn. Wirst du jetzt überhaupt noch weitermachen? Oder bist du jetzt dermaßen frustriert, dass du sagst, ich brich das sofort ab? Zwei meine Hörer. Du, pass auf, wir motivieren die jetzt wieder. Ich möchte da ganz gerne einen Chant bringen. Vielleicht magst du mit einstimmen, lieber Christian. Und der geht so. Fetti springt mit einem Ski. Du, die, du, die. Fetti springt mit einem Ski. Du, die, du, die. Du, die, du, die, du, die. Ja, so geht das weiter, glaube ich. Geht das überhaupt weiter? Ja, das war, Uli, du sprichst an auf das Jahr. Ich sprich an auf den Karriere-Höhepunkt von Fetti und würde da den Bogen ein bisschen spannen, um ein bisschen über die Karriere zu sprechen, weil das ist ja eigentlich unser Konzept. Wir sprechen über die Karriere von einem Helden. Und du bist unser Held, lieber Manuel Fettner. Und quatsch mal da einmal ein bisschen über das, was dich so bewegt hat in deiner Karriere. Und von daher würde ich mal starten mit der Motivation. Wie bist du zum Skispringen gekommen überhaupt? Ich war früher, habe ich Fußball gespielt und Ski gefahren, aber das Skifahren hat nicht lange funktioniert. Das hat mich eigentlich, das Stangenfahren nicht wirklich interessiert. Ich glaube, ich war ja leider zwei Wochen oder so im Skiklub und bin dann eigentlich immer fast gleich abseits der Piste gefahren. Tschüss, by the way. Prost. Und ja, war aber natürlich schon sehr viel in die Skigebiete, gerade so in der Volksschulzeit. Und habe halt immer meine eigenen Schanzeln gebaut und mit Kollegen halt gehofft. Und dann irgendwann einmal habe ich mir gedacht, ja eigentlich im Nachbararten hat das, gibt es ja eh Schanzen. Ich würde da gerne einmal hinfahren und springen. Und zum Glück haben mich meine Eltern dann einmal hingebracht. Und das hat eh gleich, gleich ganz gut funktioniert. Ich glaube, ich bin dann eine Einheit mit der Binschi gehüpft, habe dann, haben mir dann die Trainer gleich gesagt, dass das gar nicht so blöd ausschaut, ob ich nicht mit Spungschi springen will. Und dann glaube ich, beim nächsten Mal war gleich ein Weckkampf irgendwo in Deutschland. Da habe ich meine ersten Sprünge mit einem Spungschi gemacht, weil das war auch kleinere Schanzen. Und das war eigentlich dann quasi Liebe auf den ersten Blick. Also gefesselt gleich und hat mich dann nicht mehr loslassen. Und ich muss sagen, ich habe ja erst mit zehn Jahren angefangen und das ist dann eigentlich relativ schnell steil bergauf gegangen und hat gleich einmal ganz gut funktioniert. Das finde ich ganz spannend, weil, wie ich zehn Jahre alt war, da habe ich mir immer gedacht, Skispringen, für das muss man geboren sein. Also das muss man irgendwie, ich weiß nicht, da muss man schon von klein auf, muss man das irgendwie beibacht kriegen. Und ich muss dazu auch sagen, ich habe eine Großmama, Selig, die hat in Bischofshofen gewohnt und somit habe ich natürlich auch schon von Kindheit an immer wieder mal die Skispringen in Bischofshofen gesehen und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, was müssen das für Leute sein, die sich da abhauen. Bischofshofen ist ja auch einigermaßen große Schanze. Und ja, und meine Annahme als Kind war immer, also fürs Skispringen, da muss man irgendwie geboren sein und das muss man ganz hart trainieren und so, sonst schafft man das gar nicht. Und bis ich dann, lieber Oliver, und du wirst dich erinnern, bis ich dann mit 20 während dem Studium draufgekommen bin, hey, Skispringer kann man lernen, ja. Es ist eigentlich nichts anderes wie Tennis, du nimmst einen Trainer, machst einen Kurs und du lernst einmal Skispringen. Ja, kleiner Unterschied ist vielleicht, aber bis ich 20 Jahre alt war, habe ich mir gedacht, fürs Skispringen muss man geboren werden. Und dann habe ich erst einmal erfahren und, lieber Oliver, wir haben das dann auch ausprobiert, Skispringen zu lernen, haben sozusagen mal genau diese Schritte gemacht, die du beschrieben hast, Manuel, mal auf einer kleinen Schanze anfangen, dann einmal die Sprungski ausfassen und so. Also es ist tatsächlich ein Sport, für den man nicht geboren sein muss, sondern Skispringen ist auch Handwerk sozusagen. Siehst du das auch so? Die längste Einleitung für so eine Frage. Ist die jetzt an mich gestellt oder an die alle? Ja, nein, an die, Manuel. Also glaubst du, dass jeder Skispringen lernen kann? Ähm, ja, natürlich. Wieso nicht? Wobei ich glaube sogar, dass das, je länger das dauert, desto, oder je besser man werden will, desto noch weniger wichtig ist dann, dass man geboren wird dafür oder nicht, oder das Talent, sondern dann fängt die Arbeit erst wirklich an. Ich glaube, gerade am Anfang kann man schon relativ viel mit Talent noch machen. Also für mich zumindest, wie das in meiner Erinnerung war, war das eigentlich nie ein Thema, dass ich da jetzt auf die Schanze raufgehe und da nicht runterspringen kann oder so. Also ich glaube, die Frage habe ich mir auch gar nicht gestellt. Ähm, je mehr man dann natürlich erreichen will, desto mehr muss man auch dafür arbeiten. Aber, wie du sagst, also so kompliziert ist das Skispringen nicht. Man muss, wenn man will, man muss halt klein anfangen und wenn es dann dann immer noch zu groß ist, dann muss man es nochmal halbieren, die Chance. Und halt schrittweise, Step für Step kann es jeder lernen und ihr zwei habt es ja auch geschafft. Von dem her sind wir jetzt dann einmal an der Reihe, dass ich die Fragen stelle. Was mich natürlich am meisten interessieren würde, ist die persönliche Bestweite von euch beiden, wie es da ausschaut. Und was die nächsten Schritte, die nächsten Pläne von euch sind. Doppelfrage ist immer gut, dann möchte ich gleich mal antworten. Meine Personal Best sind 33 Meter auf der K60 in Villach. Da bin ich doch auch stolz drauf. Ähm, und ja, die nächsten Pläne ist eigentlich, also, ähm, ich habe meine Hobby-Skisprung-Karriere noch nicht auf Eis gelegt, habe aber jetzt länger pausiert, auch aus, sage ich mal, aus eher privaten Gründen. Aber vielleicht greife ich wieder mal an. War ja ganz lustig, wieder mal in Alex Diss anzurufen und fragen, wann er den nächsten Skisprung-Kurs macht. Steht eh auf der Homepage. Ja, wo ich mich rutschte mal und frage. Ähm, ja, also, mein Personal Best, weiß ich jetzt genau, es ist ungefähr da, wo die blaue Linie auf der 60er anfängt in Villach ebenfalls. Und... Was ist das? 40, oder? Naja, ich glaube, dass es so um die 40 ist, vielleicht sind es 38, auf jeden Fall weiter als der Christian. Ja. Und, ähm, ich muss auch sagen, mir steht der Skisprung-Anzug wesentlich besser als im Christian. Ja, da stimme ich dazu. Da stimme ich dazu. Wir spannen da ein bisschen beim Bauchschauen. Von wem habt denn ihr eure Anzüge? Oder habt ihr euch extra für euch welche anfertigen gelassen? Ja, anfertigen haben wir uns ja nicht gelassen. Nein, wir beide haben ja damals über einen USI-Kurs angefangen und, ähm, da sind auf der USI einfach ein paar alte Anzüge von euch, alten Recken, äh, zur Verfügung gestanden. Ähm, du, äh, du, äh, Christian, äh, hast ja relativ lang einen vom, vom Metzi gehabt, glaube ich, gell? Ja, aber du musst jetzt nicht meine Anzüge erklären, weil das kann eh ich machen. Äh, hast du, äh, keinen Anzug, oder was? Doch, 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 aber ich habe jetzt deinen eingestrahlt, weil meiner ist mir jetzt gerade nicht eingefallen, aber jetzt ist mir wieder eingefallen. Mein erster Anzug war vom, vom Thomas Hörl. Ja. Da ist Dummy drin gestanden. Mhm. Und dann weiß ich es eigentlich nicht mehr. Ich habe einen im Keller, der ist von Mavisch, aber der ist mir jetzt klar. Ja, ich habe, ich habe natürlich auch Hochkarätiges im Kleiderschrank und du hast recht, Ole, ich habe angefangen mit einem Sprunganzug von Bernhard Melzer, aber habe dann einen gekriegt. Das war ein alter Anzug vom Swida, der hat mir ganz gut gepasst und das war ein schöner oranger Anzug, so 90er-Jahr-Style und ich habe noch einen zweiten, der ist aber, glaube ich, der, der ist nicht berühmt. Also darf ich jetzt einwerfen, dass dir der Anzug vom Swida beim Bauch nicht spannt. Der passt gut. Das kann ich dann natürlich ins Wida dann bei Gelegenheit mitteilen. Wobei mittlerweile spannen beide beim Bauch, aber ich sage einmal, der erste, das ist wirklich, da habe ich nämlich auch die Reglementsänderung mitgekriegt, der erste ist wirklich noch schön luftig weit. Und der zweite, da merkt man, der ist tatsächlich taillierter und enger geschnitten. Also ja. Slim fit. Auch da hat man als Hobby-Ski-Sprung-Sportler Probleme, wenn da auf einmal Reglementsänderungen daherkommen, weil man muss sich dann in einen engeren Anzug reinquetschen, was wir nicht so durchtrainiert sind und halt auch eine kleine Wohlstandswampe aufweisen. Gell, lieber Oliver? Nein, ich nicht eigentlich. Tut man sich da schwerer. So, ich darf dich aber auch nochmal korrigieren. Ich glaube, der Herr Kollege, Skisprung-Kollege hat da jetzt Melzerkasten, das war ein Tennisspieler, sonst Metzler, oder? Stimmt das? Das stimmt ja. Ja, richtig. Richtig, genau. Richtig, Metzler. Genau. Ja. Aber nochmal zurück. Na warte, Entschuldigung, bevor du zurückgehst, ganz wichtig, was natürlich für mich noch viel wertvoller ist als der Skisprunganzug, sind die Skisprung-Ski. Und die, meine Freunde, sind vom Marscht, höchstpersönlich, aber ihr weiß es glaube ich nicht. Naja, das ist ja meistens so, dass wir einfach, wir schauen ja immer wieder, dass wir Sachen hergeben können, jetzt in erster Linie natürlich an Vereine, an Jüngere, gerade jetzt, was Sprunganzüge oder anderes Material betrifft, weil wir natürlich damals selber auch sehr davon profitiert haben, dass wir die ganzen Sachen nicht kaufen haben müssen, sondern dass da schon viel da war. Und ja, bei uns früher war das auch ziemlich, ziemlich wurscht, wenn nicht sogar sehr cool, wenn dann irgendein berühmter Name oder so zu dringestanden ist. Mittlerweile macht man eher so die Erfahrung, dass die Vereine eigentlich so viel Material haben, beziehungsweise die jungen Springer eigentlich eh alles reinkaufen oder gekauft bekommen von ihren Eltern, dass die ganzen Sachen eh nicht mehr wirklich gebraucht werden. Dann ist es natürlich wieder mal schön, von euch zu hören, wie da der Spaß ist oder der Stolz ist, wenn die gewissen Namen irgendwo drinstehen, wenn man dann die alten Sachen verwendet. Genau. So muss das sein. So muss das sein. Genau. Ja, Manuel, was ich gelesen habe in deinem Wikipedia-Artikel, du bist geboren in Wien, das habe ich interessant gefunden. Bist du in Wien irgendwie, hast du da früheste Jahre verbracht oder bist du dann relativ schnell nach Tirol gekommen? Ja, ich glaube, bis ich drei oder vier Jahre alt war, haben wir in Wien gelebt, also da um den Dreh. Ich kann mir aber ehrlich gesagt absolut nicht mehr daran erinnern. Ich bin natürlich allein schon auf dem Verlauf meines weiteren Lebens dann mit den Skispringen schon sehr froh darüber, dass der Schritt passiert ist in den jungen Jahren und dass ich in Tirol aufgewachsen bin. Weil, ja, wäre mit Sicherheit anders verlaufen, obwohl, wie man sieht, man kann ja auch als Wiener Skispringer werden, wobei ich glaube, das war früher noch anders. Mittlerweile gibt es ja einen Verein in Wien, den hat es zu meiner Zeit noch nicht gegeben. Wiener Stadtadler, glaube ich. Und man kann auch aus Niederösterreich, aus dem Tullner Feld, Vier-Schanzen-Sieger werden, der Thomas Diethard. Man muss dann aber auch zu jedem Training zwei, drei Stunden fahren und ich denke, das hätte es bei mir nie gespielt. Nach Mürz-Zuschlag zum Beispiel, apropos Mürz-Zuschlag, das möchte ich an der Stelle natürlich sagen, da habe ich meinen größten Erfolg gefeiert, als Senioren-Staatsmeisterschafts-Dritter, Bronzemedaillengewinner, mitgemacht haben, genau, leider drei Leute nur. Ja, zum Glück, oder? Sonst wäre sich keine Medaille ausgegangen, vielleicht. Aber ich habe tatsächlich daheim diese Medaille mit diesem Skispringer-Motiv. Die ÖSV. Dass du als, also eigentlich sind wir Kollegen, weil du bist ja ehemaliger Staatsmeister. Natürlich, wir sind so oder so Kollegen. Und ich bin zumindest auch ehemaliger Medaillengewinner in der Staatsmeisterschaft der Senioren. Ja, aber auch daran erinnert man sich später dann nicht, wie viele das gestartet haben. Bronzemedaille ist Bronzemedaille, oder? Genau. Eben. Eben. Ja, mein größter Erfolg war eine Silbermedaille bei den USI-Meisterschaften auf der K30 in Villach. Und ich glaube, da waren wir auch nur drei Starter und eines gestürzt oder irgendwie so. Aber immerhin Edelmetall. Na eben. Also er hat die bessere Bestweite, aber du hast die bessere Farbe bei der Medaille. Also wieder relativ ausgeglichen. Ja. Absolut. Schön. Jetzt rück zu unserem Star, oder? Genau, das interessiert uns ja. Du springst für den SV Berguissel, oder? SV Innsbruck Berguissel heißt der Verein mittlerweile. Früher hat der SV Natas. Genau. Und man weiß ja, dein Debüt im Weltcup, das war glaube ich mit 15 oder mit 14. Wann bist denn du zum ersten Mal wirklich über die Berguissel-Schanze gesprungen? Wie alt warst du da? Naja, mit 14. Also, das ist ja schon sehr, sehr früh. Mit 14? Ja, mit 10 Jahren Skispringen anfangen. Und man fangt ja dann so auf einer 20-Meter-Schanze an und steigert sich dann immer. Und das geht sich sonst eh fast nicht aus. Bis 14. Zum Berguissel. Also ich bin mir ziemlich sicher. Nein, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich mit 14 zum ersten Mal am Berguissel gesprungen bin. Es ist natürlich auch so, dass damals der Berguissel sowieso nur im Winter gegangen ist, weil das war ja noch keine Mattenschanze. Und das war auch noch der alte Berguissel. Der war noch ein bisschen kleiner wie jetzt. Hast du dir da damals als Kind was gedacht dabei? Oder hast du da noch irgendwie Erinnerungen an deinen ersten Sprung am Berguissel? Nein, anscheinend habe ich mir nichts gedacht dabei. Deswegen hat es ja gleich ganz gut funktioniert. Das ist ja auch etwas, was beim Skispringen sehr wichtig ist und auch immer wieder erwähnt wird. Zu viel denken, schadet. Was war der zweite Teil der Frage? Eigentlich eh nur das, was dir durch den Kopf gegangen ist, ob du da noch eine Erinnerung dran hast. Ach so, ja. Nein, im Speziellen jetzt nicht wirklich. Aber es ist natürlich schon so als Junge, das weiß ich schon noch ganz genau, ist immer, wenn wieder ein Schritt vor einer Schanzengröße. Ich meine, da könnt ihr natürlich auch mitreden, zumindest bis zur 60er. Ja, immer der Schritt, wenn der sich so um 20 Meter steigert, ist dann schon immer ein ziemlicher Nervenkitzel. Auf der einen Seite will man unbedingt, aber auf der anderen Seite merkt man dann schon, wenn man oben hockt, hey, das ist jetzt doch höher und doch steiler. Und ja, diese Schritte passieren halt immer wieder, keine Ahnung, pro 20, 40, 60, 90, 120. Und dann kommt der Riesenstep. Ja, genau. Da gibt es dann nämlich nichts mehr dazwischen. Da kann man sich nicht mehr 20 Meterweise steigern, sondern da ist dann eigentlich von der K120 zur K200 ist dann eigentlich wieder ein Riesenstep. Und ja, das war wahrscheinlich sogar der zackste Kitzel. Oder der extremste Nervenkitzel vor diesem Step. Ja, vor allem, weil es auch keine Trainingsmöglichkeiten da gibt, gell? Nein, und es gibt halt, egal ob Training oder nicht, selbst wenn es Trainingsmöglichkeiten geben wird, wird trotzdem der Step der gleiche bleiben. Also es gibt halt einfach nichts dazwischen. K160er oder K180er. Deswegen ist der Step immer riesig. Was war dein weiterer Sprung? Was ist dein Personal Pest? 235,5 Meter. Wow. Und ja. Ich hoffe aber natürlich, dass ich den noch toppen kann. Heuer habe ich auch keine Möglichkeit gehabt, aber nächstes Jahr wieder. Wo war das? In Vikasund. In Norwegen war das. Ei. Wobei mittlerweile mit Kulm und Planitzer eigentlich alle drei Chancen schon sehr weit gehen. Und der Kulm vielleicht ein paar Meter weniger, aber im Planitzer, glaube ich, sind es jetzt auch schon 252 Kupft. Und ob jetzt 252 oder 253, ist jetzt eigentlich mal der große Unterschied. Aber natürlich ganz andere Chancen und ganz andere Flughofe. Das sagt man immer, dass der Kulm eine relativ höhere Flughofe hat als Vikasund. Ja, genau. Also das heißt, Vikasund ist weniger gefährlich eigentlich sozusagen, obwohl es weiter geht. Oder obwohl es um die Spur weiter geht. Ja, weniger gefährlich ist jetzt auch schwer zu sagen, ob es deswegen weniger gefährlich ist, nur weil man nicht so hoch in der Luft ist. Aber auf jeden Fall angenehmer, ja. Weil das Auge natürlich auch mitspielt. Und wenn man auf dem 10 Meter Turm oben steht, dann scheißt man sich halt von Haus aus mehr an, wie auf dem 2 Meter Turm. Apropos anscheißen, da wollte ich jetzt auch, weil es mir gerade einfällt. Es gibt ja so manche Sprünge, wenn Aufwind ist oder so, beim Fliegen, wenn du halt dann in der Mitte vom Hang nochmal voll wegzirkst und echt voll aufsteigst. Und dann halt ganz am Schluss vielleicht sogar einen Sprung abbrechen musst. Und dann halt wirklich von 5, 6 Metern abeplumpst. Ich meine, das ist jetzt, ich will keine ORF-Frage stellen, aber wie fühlt man sich dabei? Wie sehr? Wie sehr fühlt man sich dabei? Genau. Wie sehr, genau. Wie sehr fühlt man sich? Wie sehr ist das Gefühl bei Ihnen ausgeprägt? So wie dein ORF-Reporter die Frage stellt. Man fühlt natürlich schon sehr. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage ganz gut. Ja, natürlich, nein, es ist sehr cool. Also am wichtigsten ist natürlich, dass der Sprung gut und weit geht. Also lieber, wie soll ich jetzt sagen, es macht mehr Spaß auf einer 120 Meter Chance, 150 Meter zu springen, wie auf einer Skiflug Chance, 150 Meter zu springen. Also es ist nicht, die 150 Meter machen es nicht aus, sondern auf einer Schanze weit springen oder nicht. Und in eurem Fall jetzt, die 35 Meter machen auf der 30er mehr Spaß wie auf der 60er. Oder zum Beispiel wie auf der 90er oder wie im Bischofshofen auf der 120er können die 35 Meter oben am Beton schon richtig wehtun. Wir waren ja schon einmal beim Swida und der hat das fast einmal zusammengebracht im Bischofshofen. Der hat was getestet im Sommer, also sein Servicemann eigentlich und hat so einen Lack aufgespräht auf dem Belag in der Hoffnung, dass er viel schneller ist und ist dann weggefahren. Also ich habe das oben noch mitgekriegt, ist weggefahren vom Balkon und die Skien haben so geklebt, dass er nicht gerutscht ist. Und er ist dann erst einmal 10 Meter gelaufen, bis er dann doch in Fahrt gekommen ist. Aber er ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich 50, 60 kmh erreicht. Also zu viel kmh zum Stehenbleiben, aber zu wenig zum Springen und ist halt gerade und gerade noch über die Straße gekommen. Und ja, das wäre dann zum Beispiel... Wahnsinn, ja. So Sachen könnten blöd ausgehen. Aber solange sie gut ausgehen, sind sie sehr witzig. Ja, da fällt mir natürlich auch ein, das war glaube ich auch... Nein, leider war es jetzt nicht auf welcher Schanzen das war. War das der Leutzl, der sich die zweite Bindung dann aufgemacht hat, der gemerkt hat, in der Anlaufspur eine Bindung ist ausgerissen. Nein, das war nicht der Leutzl, das war der Turnbichler. Der Turnbichler, genau. Also das war auch einfach als Zuschauer beeindruckend zu sehen. In der Anlaufspur, wie du schon sagst, Manuel, da kriegt man eine immense Geschwindigkeit zusammen. Dann noch so cool bleiben und sagen, naja, mit einem Ski fix verbunden mit der Bindung wegkupfen ist nicht so sexy. Ich mache mal lieber den zweiten auf und schaue mal, dass ich irgendwie heil da abbekomme. Das hat einfach wieder mal gezeigt, was erstens, was das doch für ein Risiko ist, dem sie euch da aussetzt. Das war nochmal wirklich, was gröber nicht hinhaut. Und ich meine, muss ich auch sagen, also wirklich wahnsinnig, also was sie für eiskalte Burschen sind. Und auch in solchen Situationen kühles Blut und klaren Kopf behält. Ja, oder gar nicht nachdenkt. Naja, da muss man aber nachdenken, oder? Ich schätze, das war einfach eine Reaktion. Das war eine Intuition wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass er sich, weil sonst wäre er gar nicht weggefahren, wenn er sich davor schon überlegt hätte, dass die eine Bindung nicht hält. Aber ja, auf jeden Fall super reagiert. Und wir wissen ja, mit einem Skispringen und vor allem Landen, da gibt es nur einen Experten im Skispringen. Und da kommen wir wieder zurück auf die Karriere. Das war natürlich der absolute obskure Höhepunkt. Aber was ist da in deiner Karriere? Du hast mit 15, glaube ich, das erste Mal aufgezeigt und hast dir der Welt sozusagen vorgestellt in Bischofshofen. Weißt du noch, war das damals schon, hat es damals schon die Duelle gegeben? Gegen wen bist du da gesprungen? Oder hat es die noch nicht gegeben? Doch, die hat es da schon gegeben. Ich glaube, das war das erste oder zweite Jahr. Nein, ich glaube, das war das erste Jahr. Ich weiß noch, ich bin dann bei Giesl ausgeschieden im K.O. Duell gegen ins Wider und war dann natürlich schon sehr enttäuscht. Und bin dann im Bischofshofen einen Tag später im K.O. Duell gegen Wille Kanté, gegen einen Pinnen gesprungen. Und habe das Duell gewonnen und bin dann im Fünftag gewonnen. Genau. Was ein Wahnsinn damals war, da kann ich mich auch gut erinnern, weil das war eins von diesen Skispringen, das ich ja live gesehen habe im Bischofshofen. Und da bist du, auch mir, zum ersten Mal wirklich als Skispringer in Erscheinung getreten. Und das war natürlich, das war auch, sage ich mal, ein Wahnsinn, dass ein junger Bursch mit 15 Jahren da sozusagen den Arrivierten um die Ohren springt. Also da hast du ja einige Größen hinter dir gelassen an dem Tag. Ja, und man muss natürlich noch dazusagen, wenn ich mir jetzt die alten Videos und so anschaue, ich war zwar dort 15, habe aber ausgeschaut wahrscheinlich wie 11 oder wie 10 und war ein knapp 1,50 Meter raus. Und ja, das war natürlich dann noch einmal was anderes, weil mittlerweile, dann auch so, wenn jetzt ein 15-Jähriger kommt, dann schaut der schon brutal jung aus. Und wenn ich mir dann denke, okay, ich habe aber eigentlich ausgeschaut wie 12 oder 11, und denke, und ich sehe den dann so im Moment auf der Chance neben mir, dann würde ich das natürlich auch nicht glauben. Ja. Du, Oli, das kennen wir auch, oder? Die Situation, wenn wir in Vildach auf der K60er sind und vor uns springen die, weiß nicht, die 9- und 10-Jährigen und hupfen uns um die Ohren. Dann denken wir uns auch, oder? Verdammt, diese Jungen, wie die Skispringen können. Ja, sicher. Naja, wie geht es weiter? Der erste Protestplatz 2010 haben wir dann aufgeschrieben in Oberstdorf. Das stimmt, ja. Ah, ja, stimmt das. Das stimmt, ja. Das war mein erster Stockholplatz im Weltcup. Schlussendlich ist, weiß ich nicht, waren die einzelnen Momente natürlich schon nicht mehr sehr schön, aber ich bin jetzt ja gar nicht so der extrem emotionale Typ auf irgendeinem Wettkampf oder auf irgendein Ergebnis, sondern ich bin jetzt eigentlich generell immer, oder die meiste Zeit sehr viel Spaß bereitet, das Springen und auch das Trainieren. Und es waren einfach sehr viele schöne Momente immer dabei und das muss jetzt gar nicht unbedingt mit einem Wettkampf oder mit einem Ergebnis zusammenhängen. Aber ja, Oberstdorf war auf jeden Fall mein erster Stockholplatz im Weltcup und das war sicher eine sehr coole Sache und das war generell eine Top-Tournee, was dann daraus entstanden ist. Und leider Gottes, ihr werdet dann schon geglaubt, dass ich dritte in der Tournee wäre, weil ich eigentlich alle, die vor mir waren, zum Podium hin in Bischofshofen überholt habe, aber nicht damit gerechnet habe, dass hinter mir der Dom Hilde noch mich überholen kann. Und der hat dann in Bischofshofen gewonnen und hat mich dann leider verdrängt und jetzt bin ich damals live vierter bei der Tournee geworden. Das ist natürlich der Tournee. Gesamtstockholplatz fällt mir natürlich noch, also das wäre schon auch was ganz Cooles gewesen. Das ist wirklich sehr schade. Auch da kann ich mich nur erinnern. Und es waren ja, ich habe es glaube ich sogar irgendwo gelesen in der Wikipedia oder so, ich glaube es waren so sieben oder acht Punkte. Das sind dann in Meta, wie viel ist das dann? Ungefähr? Vier, fünf Meta. Schwarz zu sagen. Vier, fünf Meta. Vier Meta. Ja, aber auch da weiß ich noch, da hat eigentlich jeder damit gerechnet, also mich eingeschlossen, dass du da dritter wirst. Und leider ist das nicht ganz ausgegangen. Das war die Tournee vom Morgenstern, glaube ich, oder? Der Magia hat gewonnen, der Ammann ist glaube ich zweiter geworden und ich habe mich nur noch nach hinten abgesichert und war dann knapp vor dem Marscht, weil der war glaube ich dann, also ich bin vierter geworden und der Marscht ist glaube ich fünfter geworden in der Tournee und ich war dann eigentlich ziemlich froh, dass ich den Marscht noch abhören habe können, weil der war auch schon so stark im Bischofshofen und habe dann eigentlich kurzfristig Dom Hilde aus den Augen verloren beziehungsweise nie mit ihm gerechnet gehabt, weil er glaube ich vor Bischofshofen nicht unter die sieben war oder so. Also war auf meiner Liste nicht vorhanden. Und ja, aber schlussendlich wurscht. Du, da muss ich jetzt kurz einhaken, weil das interessiert mich irgendwie, seit ich dich kenne und deine Karriere verfolge, immer schon und das ist auch meine Pflicht, als Podcaster zu fragen. Also mit 15 hat sich jeder gedacht, der Fetty ist der Upcoming Star und den ganzen Durchbruch letztendlich, dass halt dann wirklich ein Weltcup-Sieg oder so ausgeschaut hat, der ist ja dann letztendlich nie gekommen. Und erstens mal wollte ich dich fragen, was glaubst du, was war da ausschlaggebend? Und zweitens ist die Konkurrenz im eigenen Team, du hast ja vorher schon gesagt, der Morgi hat da 2010 gewonnen, der Marscht ist ganz knapp hinter dir gewesen und da gibt es ja natürlich nur einige andere Herrschaften, die da zwischen 2006 und 2012 dominiert haben. Glaubst du, dass die Konkurrenz im eigenen Team dir in deiner Karriere geschadet hat oder eher vielleicht sogar geholfen? Oder was ist da deine Einschätzung? Das ist ganz schwer zu sagen. Also da tue ich mir jetzt echt schwer, weil das sind die ganzen Hätte, Wäre, Was, Wäre, Wenn gewesen. Ob man das jetzt geholfen oder geschadet hat, ist ganz schwer zu sagen. Weil, ja, es gibt natürlich mit so Konstellationen gibt es natürlich immer Vorteile wie genauso gute Nachteile. Was schlussendlich passiert war, natürlich war ich mal eine große Erinnerung an die Zeit habe ich natürlich noch an die WM 2011 in Oslo, wo wir eigentlich alles dominiert haben, wo wir alles gewonnen haben, wo ich eigentlich ein sehr guter Form gewesen bin, als Gesamtweltcup 10. zu der WM gefahren bin und bei vier Bewerben keinen nicht einmal annähernden Einsatzkrieg hätte, obwohl die ganzen Goldmedaillen natürlich mit mir auch passiert werden, weil wir haben es so überlegt. Aber es ist halt einfach kein Wunschkonzert und wenn vier Athleten oder fünf Athleten vom eigenen Land halt vor dir sind und du im Gesamtweltcup 1 bis 4 hast, dann hat halt der 5. einfach keine Berechtigung mehr, bei einem WM zu starten. Und ja, da habe ich halt dann auch zweieinhalb Wochen Urlaub in Oslo gemacht und natürlich die Kollegen angefeuert, aber auf der anderen Seite ist es dann halt auch wieder schade, wenn man genau weiß, man wird da jetzt genauso umstehen. Also ja, dann hat der Mann von keinem gemischt da gemacht. Da haben wir was gemeinsam, weil ich war da oben in Oslo und habe Urlaub gemacht. Das war sehr schön. Warum haben wir uns da eigentlich gesehen? Haben wir uns da vielleicht noch gar nicht gekämpft? Wenn man sicher bei einem der Stiegel-Partys, die in unserem Modell im Prinzip jeden Tag stattgefunden haben, weil nach jeder Goldmedaille hat es dann offizielle Stiegel-Party gegeben und im Prinzip, ja, damals waren halt die Zeiten ein bisschen anders, aber ich glaube, das war mit Abstand die erfolgreichste WM und so viel Party gemacht wie dort, das glaube ich noch nie geworden hat. Da ist man als Land Österreich nicht aus den Feiern rausgekommen. Also das war wirklich unglaublich. Das war, glaube ich, einfach auch die fast schönste paar Tage meines Lebens, zumindest was das Feiern betrifft. Also das kann sich kein, also liebes Podcast-Universum da draußen, das kann sich kein Mensch vorstellen, was da abgegangen ist. Und liebe Grüße an den Phil, unseren gemeinsamen Freund, Phil, der damals mit mir oben war. Ja, da sind wir jetzt eh schon bei einem interessanten Thema und zwar, du bist da mitgefahren zur WM nach Oslo als Fünfter sozusagen, aber im Anbetracht dieser ganzen Partys hast du da nicht gedacht, naja, vielleicht springe ich ein für einen, der in der Früh nicht mehr aufstehen kann oder mit einem Magen-Darm-Gripp liegt oder mit was anderem. Ja, schon, aber damals waren die Springer auch noch ziemlich hart im Nehmen und von dem her hat sich das keiner nehmen lassen. Und wenn man in Form ist, ist es ja relativ wurscht, ob man dann verkautet ist oder nicht. Also hat, wie man dann auch gesehen hat, den Leistungen ja nicht geschadet. Einmal schütteln und geht schon wieder los. Vor allem die Trainer, großen Respekt denen, weil das hat mich auch gewundert, wie fit die am nächsten Tag da waren. Trainer und die wie professionell vorhanden. Die Betreuer, Servicebetreuer gerade im Speziellen. Es hat sich zwar generell alles ein bisschen geändert in den letzten 10, 15 Jahren im Springer-Zirkus, aber also was gerade die Servicebetreuer früher geleistet haben, das ist wahrscheinlich nur einmal eine Stufe über die ganzen sportlichen Leistungen zu stellen, weil so viel Schlaf im Zug muss man dann auch erst einmal erheben. Also für mich wäre es nichts. Das weiß ich ganz genau. Ich bin zwar jetzt auch nicht der Typ, der was nicht gern feiert, aber ich glaube, nach drei Tagen feiern ist dann bei mir auch ledig. Da mag ich mal ein paar Monate nicht mehr. Und der Hangover hilft ja vielleicht, dass man dann eben nicht so viel nachdenkt in der Anlaufspur, oder? Ist es dann auch forderlich für eine gewisse Lockerheit, dass man einfach sein Ding durchzieht? Die Gurten können es ohne Hangover. Okay. Ja, wir waren bei der Karriere, gell? Oslo? Ich bin kurz abgeschwiffen, aber es passt eher, wiederum, kann man die Rutsche legen, Party haben wir auch zwei Jahre später gemacht. Lieber, Manuel, und zwar in Valdevieme. Da kann ich mich sehr gut erinnern, weil da hat es einen netten Keller gegeben bei euch im Teamhotel. Oder war das bei euch im Teamhotel? Ich glaube schon, gell? Beim Egon. Beim Egon. Und ja, das war cool. Da glaube ich, sind wir am Freitag miteinander unten in diesem Keller Party machen gewesen und es war sehr lustig und zwei Tage später hast du dann die Goldene umgehängt und bist Teamweltmeister geworden. Erinnere mich da richtig am Sonntag? Also ich kann mich auf alle Fälle erinnern, dass ich am Sonntag Teamweltmeister geworden bin und dass wir dann richtig gut Party gemacht haben. Also ich zumindest. Also das war die schon. Da sind natürlich am Freitag, dass wir von Bio gegangen sind, das kann natürlich schon auch sein. Ah, dann habe ich das wahrscheinlich falsch in Erinnerung. Das war sicher genauso. Ja, das war natürlich ein Wahnsinn. Dein Sprung oder deine Landung, wo dann der Arne Schi dir auf die Seiten wegbrochen ist und du mit einer unglaublichen Balance weiterfährst. Und warum das ein Wahnsinn ist, glaube ich, ist, weil sogar der große Alex Pointner am Trainerturm, das hat man im Video sehr schnell gesehen, dann auch den Hut vor dir gezogen hat. Also der hat auch diese Leistung anerkannt. Jetzt hast du vorher gesagt, irgendwie die Skispringer, die machen das aus der Intuition heraus. War das bei dir auch rein, sage ich mal, okay, ich stehe jetzt auf einen Ski, ich fahre weiter. Hast du da nichts gedacht? Puh, irgendwas wird mir schon durch den Kopf gegangen sein mit der Zeit vor allem. Ja, doch, mit Sicherheit. Also das, was ich mir dann schon noch gedacht habe, ist, dass du irgendwie über die Sturzlinie kommen musst. Also das war dann schon noch was, wo ich mir dachte, so, alles schön und gut, aber da muss ich drüber kommen, weil stürzen darf ich auf keinen Fall. Ich meine, wenn es jetzt ein Einzelbewerb gewesen wäre, was nicht so tragisch gewesen wäre, aber das Team, das kannst du halt auf keinen Fall im Stich lassen und habe mich da irgendwie bis dahin halt gerettet, aber irgendwie ist mir auch leicht vor der Hand gegangen. Also wie gesagt, es ist relativ, bei so Sachen oft schwere Gründe oder wie auch immer dafür zu finden. Es war wahrscheinlich einfach ein glücklicher Zufall zum richtigen Zeitpunkt, wo ich natürlich auch wahrscheinlich gerade wirklich in der Balance gewesen bin und komplett über dem Ski gestanden bin, der was noch an meinem Körper dran war, in dem Ski, in dem Zeitpunkt, wo der andere Ski aufgegangen ist und allein deshalb dann einfach das irgendwie geschafft habe. Aber mir ist ja zwei Monate davor im Bischofshofen bei der Tournee, das Gleiche passiert und da habe ich es nicht geschafft und da bin ich gestürzt und dann noch ins Spital gekommen. Und ja, also immer kriege ich es auch nicht her. Ja, weil die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit im Radius ist ja, da sind wir dann schon bei die, ich weiß nicht, 120, 130 kmh, oder? Das ist ja irre, wenn man da sozusagen, dann wenn ein Ski einem den Schwerpunkt drüber zieht. Das stimmt, aber wenn jetzt langsamer gewesen wäre, sagen wir mal 10 kmh nur, dann wäre die Zeit viel länger gewesen, von dem Zeitpunkt da, wo man der Ski aufgegangen ist bis zur Sturzlinie, dann hätte ich nicht zwei Sekunden balancieren müssen, sondern 10 Sekunden, dann hätte es mich vielleicht eher geschmissen. Also wer weiß, was da vom Vorteil ist, oder nicht? Ja, geschmissen hat es dich dann übrigens beim Jubeln, nachdem du über der Sturzlinie drüber warst. Das ist auch ein sympathisches Detail am Rande. Uli, du wolltest noch eine Frage stellen. Ja, ich beobachte gerade unsere drei Skype-Büder und habe gerade gefragt, wen schaut ihr am ehesten an? Weil mir fällt immer wieder auf, ich schaue eigentlich mich voll gerne an. Rechts oben ist man selber, oder? Und jeder schaut immer wieder rechts oben hin, ob die Frisur eh sitzt, was natürlich beim Podcast es wichtig ist. Naja. Nein, ich weiß ehrlich gesagt immer genau, was ich, achso, nein, was war da los mit der Bindung? Das wollte ich fragen. Zum Geier. Warum ist die aufgegangen? Ich habe halt den Fuß schräg belastet gehabt und früher waren die Bindungen auch noch anders. Die haben nur so eine Feder gehabt, dass sie eben relativ leicht aufgehen, weil eigentlich der Zapfen hinten, der es stabilisiert hat und solange der drin ist, kann man vorn eh nicht raus, weil dann kann sich der Schuh nicht bewegen. Aber jetzt, wenn der hintere Zapfen aufgegangen ist, so wie es damals der Fall war, ist man sofort auch relativ leicht vorn rausgekommen. Und ja, aber das war eh die letzte Saison mit der Bindung. Dann habe ich die Bindungen gewechselt und auf ein anderes System gestellt, weil das Risiko, es ist einfach zu oft passiert und ja. Ah ja, apropos, das fällt mir gerade auf, was ist mit deinem Schalen, mit deinem Hartschalen-Schuh, wie geht es mit dem weiter? Ich meine, du musst jetzt nicht irgendwie was verraten, was du nicht verraten wirst, aber war das für dich jetzt im Nachhinein eher ein erfolgreiches Projekt oder nicht? Ja, das ist auch wieder sowas, da tue ich mir ganz hart irgendwie zu sagen, ob es jetzt wirklich erfolgreich war oder nicht, weil schlussendlich sind die Steps noch nicht passiert, was ich mir erhofft habe und auf der anderen Seite sehe ich natürlich ein Riesenpotenzial im Projekt an sich, aber es gehört halt noch auf wesentlich bessere Beine gestellt, was dann schlussendlich auch wieder eine Zeit- und Kostenfrage ist und eine Frage auch, wie das Interesse vom Verband her ist dran, weil es ist ja nicht mein Privatprojekt, das könnte ich mir sowieso nicht leisten. Es kostet natürlich schon einiges, sowas auf die Füße zu stellen und ja, und von dem her, wie gesagt, das sind auch wieder so hättig wahre Sachen, ich habe das vor drei Jahren beschlossen, weil ich ein riesiges Potenzial in dem ganzen Projekt gesehen habe, deswegen würde ich die Entscheidung zur jetzigen Zeit sicher noch einmal gleich treffen. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch, dass das wesentlich mehr schon dabei heraus schauen hätte können, aber das ist halt einmal so. Gerade beim entwickeln viele Sachen brauchst du halt oft das einmal auch Klickstreffer und ja, das beim zehnten Versuch funktioniert oder beim fünften oder beim zwanzigsten, ja, das ist halt auch immer schwarze Saison. Aber jetzt waren wir schon bei dem Punkt Reglementänderungen und so weiter, Anzüge hat sich geändert, Skilängen, Body Mass Index ist eingeführt worden, du hast ja eigentlich da viele Entwicklungen mitgemacht. Also ich sage mal jetzt Spitzensportler, die Tennis oder Fußball spielen, da ändert sich jetzt am Regelwerk nicht so viel. Beim Skispringen hat sich ja in deinen letzten aktiven 20 Jahren doch sehr, sehr viel getan. Was war da für die, sage ich mal, eine Änderung, mit der du recht schwarz recht gekommen bist? Das ist auch wieder ganz schwarz. Also ich kann es alleine an den Zeitraum festlegen, zum Beispiel, wie man davor schon gesagt hat, bis 14, 15 ist eigentlich ganz steil bergaufgegangen, 16 eigentlich auch noch gut und dann ist einfach eine schwere Zeit, dann waren ein paar sehr schwere Jahre dabei, wo auch viermal Schlüsselballbruch zum Beispiel war. In der Zeit sind die Anzüge wesentlich weiter geworden, das war auch die Zeit für die Drachenanzüge, was mir da in Österreich damals entwickelt haben. Aber irgendwas jetzt die Schuld geben oder als Grund zu sehen, ist einfach im Skispringen ganz schwer, weil so viele Bausteine, so viele Sachen miteinander einspielen, dass ich mir selbst jetzt im Nachhinein, 15 Jahre danach, noch schwer tue, zu sagen, waren die Anzüge wirklich eigentlich schlecht für mich oder habe ich falsche Sachen falsch gelöst oder war das keine Ahnung, war ich vielleicht generell in meiner Spätjugend einfach mit gewissen Sachen überfordert, ja, ganz schwer, vielleicht war man ja professionell in gewissen Sachen und habe halt ja, gerade im späten Teenager-Bereich halt doch lieber gerne andere Sachen gemacht, wie, ja, wie vielleicht hundertprozentig, zu hundertprozentig ein Profi zu sein, ja, deswegen, es ist ganz schwer immer, gerade im Skispringen, glaube ich, ist es ganz schwer, jetzt im Langlaufen meist vielleicht einfacher, aber im Skispringen ist es doch ganz schwer, oft die Gründe für gewisse Sachen festzulegen. Das denke ich mir, ja, aber, ich meine, es muss ja auch nicht sozusagen jetzt der einzige Grund sein, so wie du sagst, das sind immer mehrere Geschichten, aber als Skispringer muss man halt schon zumindest sich verändern können, sonst hat man gar keine Chance. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum ich immer noch dabei bin, weil das macht das Ganze sehr spannend und die ganzen vielen Veränderungen, ja, die stellen dich immer wieder vor neue Rätsel und vor neue Aufgaben und wenn ich mir denke, ich wäre jetzt, wenn wir gerade davor beim Langlaufen waren, ich wäre jetzt klassischer Langläufer von 50 Kilometern oder keine Ahnung was und das ist immer das Gleiche und ich weiß, ich kann da mit so vielen Sachen nicht wirklich was auserholen, außer ich trainiere noch härter oder das Thema Doping spielt natürlich eine Rolle, ja, dann, ich weiß nicht, das würde mich wahrscheinlich nie so lange fesseln, wie der Skisprungsparte, was man jetzt doch 20 Jahre lang auf Profi-Niveau fesselt und gefesselt hat und ja, wo, wie du sagst, immer wieder, du echt in so vielen Bereichen immer wieder, gar ob körperlich, mental vom Material her, vom Zusammenbau, von der Technik, das verändert sich alles, also in den letzten 20 Jahren hat sich so viel verändert, dass es eigentlich nie langweilig geworden ist, egal ob man gerade gut oder schlecht gesprungen ist. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist 13, 14, 2013, 2014, hast du den Conti Cup, die Gesamtwertung im Conti Cup gewonnen, kriegt man da auch eine Kugel? Nein, da kriegt man gar keine Kugel, da kriegt man, warte, kannst du dir zeigen, die linke Medaille da, die was eigentlich durchsichtig ist, aber das ist die gleiche Medaille, die was, glaube ich, für den Beschanzen-Tourney-Sieg da gibt, also wirklich, ein großes Repertoire haben sie eh nicht, also wenn man irgendwas irgendwann mal gewonnen hat, kann man das oft auch für andere Sachen verwenden, also vielleicht kann ich da einfach das ausradieren und die Chancen-Tourney und dann ist das gar nicht die gleiche Medaille. Naja, da deine Karriere noch nicht beendet ist, kannst du das einfach auch so gewinnen. War meine ich lieber, ja. Du, und Manuel, du hast ja ja die WM-Medaille hast du tätowieren lassen auf dem Unterarm, wenn ich das richtig gesehen habe, auf die Fotos. Ja. Ja, Tatsache, das ist die FIS-WM-Medaille. Ah ja, genau. Und jetzt eine ganz banale Frage, aber warum tätowierst du die Medaille, wenn es eh in deinem Wohnzimmer hängt sozusagen? Du kannst das eh... Es ist ja nicht eins zu eins tätowiert und generell hat man die Schneeflocke natürlich tagt und ja, irgendwann einmal gehen da dann die guten Ideen für die Tattoos aus. Und dann muss ich auch so solche Sachen gehen. Aber auf der anderen Seite hätte ich auch noch genug Platz für weitere große Medaillen. Also an dem wird es nicht scheitern. Hast du vor, dich auch weiter tätowieren zu lassen? Ja, jetzt kommen wir zu einem ganz gemeinen Thema. 1. April und 8. April hatte ich meine zweite Termine. Die fallen jetzt dank Corona ins Wasser. Das ist eigentlich wirklich das Einzige, was mich wirklich anzifft im Moment an der Krise, weil ansonsten beeinträchtigt sie mich nicht wirklich, weil ich sowieso die ganze Zeit daheim hocken muss und an der Masterarbeit schreibe oder trainieren gehe. Also viel größer sind meine sozialen Aktivitäten momentan sowieso nicht. Aber natürlich, dass meine nächsten Tattoo-Termine flachfallen und ich nicht weiß, wenn ich dann wieder Zeit habe, ist natürlich sehr, sehr bitter. Schade. Sehr schade, ja. Ja. Aber es gibt noch keine Tätowierer, die mit Maskenschutz ins Haus kämen und unter Quarantäne sicheren Umständen tätowieren. Aber vielleicht, wer weiß, wie sich die Welt entwickelt. Supermärkte werden auch bald nach Hause liefern oder dann sie jetzt schon vielleicht irgendwann einmal die Tattoo-Studios. Ja, wenn das so weitergeht, stelle ich mir sonst selber eine Maschine. Dann kann ich jetzt habe ja Zeit zum Üben. Wenn das noch länger so der Fall ist. Jawohl. Ja, sehr cool. Ja, ja. Passt. Wir karrieretechnisch sind natürlich noch einige Höhepunkte, aber wir wollen ja auch einmal zu einem Ende kommen. Ich habe mir dann aufgeschrieben, Bronze bei der Flug-VM am Kulm und Platz 3 in Rucker und in Willingen 2016 und 2017. Das war überhaupt, glaube ich, der Beste-Saison 2016, 2017. Da hast du dann auch noch WM-Branze im Team und deinen ersten Weltcup-Sieg im Team in Oslo gefeiert. Und da hast du auch wieder den zehnten Platz im Gesamt-Weltcup erreicht. Wie schon einmal zuvor, 2011? Nein, da war ich nur zum WM, da bin ich glaube ich dann schlussendlich Elfter-Wand. Ah, okay. Eine Spitze-Saison. Ja, aber natürlich hätte ich ja gerne lieber mehr erreicht. Das ist ja ganz klar. Das geht halt an jeden so. Aber es gibt halt kein Wunschkonzert. Ich kann dir schon sagen, warum du dann nachher nicht mehr erreicht hast, weil in dem gleichen Jahr waren wir dann wieder am Novarock miteinander und das ist offenbar Karriere schädlich. Das zieht sich ein bisschen durch, gell? Weil nach der WM-Medaille in Waldiefjeme war der Manuel mit dir und auch mit mir auf dem Festival dann 2017 in Novarock. Also wenn wir schon grübeln über Gründe, dann wollen wir nicht hoffen, lieber Oliver, dass du da irgendwie einen Einfluss gehabt hast. Aber ich war ja schon zu oft auf Festivals von dem her. Das sind ja jetzt nur die zwei, die ich wissen. Denkt man. Ja. Du bist ja sehr musikbegeistert oder ein großer Musikfan. Da hätte ich auch noch eine Frage. Kennst du die Band der Kreuzos? Das ist eine finnische Skispringer-Band. Also aus Skispringern oder ehemaligen Skispringern. Ja, die hat es einmal gegeben vor 10 Jahren. Ich weiß nicht, ob die immer noch existieren. Ja, ich glaube, die existieren immer noch. Willi Canté übrigens finde ich einen super Namen für einen Skispringer. Wo ein Wille ist, muss nicht immer eine Kante sein. Naja, der Wille über die Kante, oder? Sie ordentlich auszuhauen. Ich glaube, das war mit Sicherheit der Grund, warum man angefangen hat Skispringen. Ich denke mit so einem Namen, wenn man nicht Skispringer wird, dann weiß ich es auch nicht. Da fallen mir zwei kurze Fragen ein. Die erste ist, das war ein Zitat, was ich vorher gebraucht habe, vom Dirk Thiele. Bist du da öfters gerne einmal beim Eurosport in der Kabine gesessen? Und die zweite Frage, die stelle ich gleich dazu. Hast du gute Buddies auch von den Skispringern, also von den ausländischen Skispringern? Ich habe nur gute Buddies. Ich komme mit jedem eigentlich gut aus, finde ich. Die Frage ist, ob sie mit mir rauskommen. Aber nein, ja, also für mich ist das eigentlich relativ egal, von welchem Land wer kommt. Früher haben wir mal so ein Quartett gehabt, das war ein Schweizer, ein Deutscher, ich und ein Finne, wo wir einmal ein, zwei Jahre lang öfters zusammen im Weg waren. Und natürlich habe ich auch noch gute Kontakte zu mittlerweile natürlich alles ehemaligen Springer aus den diversen Ländern. Das ist eigentlich immer sehr cool gefunden, einfach andere Sachen zu erfahren und generell den Austausch zu haben mit den anderen Nationen. Ich habe das schon immer sehr cool gefunden, wobei mittlerweile ja eigentlich fast die meisten in meinem Alter oder zu meiner Zeit, wo ich dazugekommen bin, bin ich ja jetzt nicht mehr aktiv sein. Das ist natürlich dann Jahr für Jahr einfach ein bisschen weniger geworden. Und die zweite Frage war? Eurosportkabine. Genau. Also ich habe das vom Prinzip her finde ich das sehr cool. Ich finde das auch, dass der Dirk Thiele und der Gerd das auch immer sehr gut gemacht haben und habe das einfach ein bisschen besser gefunden wie die normalen Interviews, über die wir zu Beginn der Sendung ja schon genug hergezogen sind. Ich habe mir mehr rausholen können. Ich habe es für mich interessanter gefunden, aber natürlich auch, wenn ich vor dem Fernsehen gesessen bin, weil man da einfach ja, das war dann schon ein bisschen weniger Standard und auf jeden Fall besser. Und eine gute Idee. Definitiv. Definitiv, ja. Oliver, wir haben ja immer Skispringen eigentlich am Eurosport geschaut, weil einfach sozusagen mit der Moderation durch Dirk Thiele und seinen diversen Co-Kommentatoren, das war immer irgendwie interessanter und aufschlussreicher als wie am ORF. Ja, natürlich haben wir bewusst Dirk Thiele gekocht und geschaut, eh klar. Naja, dann ist irgendwann einmal leider, Eurosport hat es ein bisschen verschlafen, das 16 zu 9 ausstreuen, das war ein bisschen schade. Da bin ich noch mal kurz auf dem ORF umgestiegen, aber jetzt geht es ja wieder, HD und 16 9, passt. Okay. Aber dafür ohne Dirk Thiele. Ja, eh, ich habe es glaube ich trotzdem 16 9 geschaut. Ja. Achso, ja, Entschuldigung, der Dirk Thiele kommentiert nicht mehr, dann haben sie nur abgesagelt dann. Das ist auch traurig. Den haben sie dann abgesagelt, ja. Da war wahrscheinlich zu wenig seriös. Irgendwann einmal. Oder keine Ahnung, warum. Ja, wobei man ja seriöse Sportkommentatoren auch nicht unbedingt immer braucht. Aber ja. Nein. Oliver? Ja, also zur Karriere wollte du sagen, 2018, erste Teilnahme Olympische Spiele, 2019 Seefeld waren sicher für dich auch nochmal Highlights. Vielleicht magst du noch ein paar Worte dazu sagen. Naja, das waren eigentlich ein bisschen negative Highlights, weil wir bei Olympia nicht wirklich was erholt haben. Dann der vierte Platz im Team hat natürlich schon sehr sehr wehtan, auch wenn er absolut nicht überraschend gekommen ist. Und ja, und Seefeld war im Prinzip ja. Ich habe zwar teilgenommen, aber ich habe von vorne gewusst, dass man zwar bei einem Bewerb teilgenommen, aber die Medaillenschancen sind da nicht vorhanden für mich. Und ja, das macht dann auch wirklich keinen Spaß, wenn man im Mittelfeld mitspringt und weiß, das Wunder wird nicht passieren, dass man da wirklich eine Chance hat, weil für das bin ich ja viel zu sehr realistisch. Zwar gut, wenn ich weiß, ich habe die Chance, dann glaube ich an mich, aber wenn ich weiß, dass ich es nicht habe, dann werde ich auch nicht an mich glauben. So war das jetzt auch immer und ja, von dem her hätte ich mir das als Zuschauer genauso geben können. Das heißt, du hast das gar nicht so genießen können da in Seefeld, oder? Nein, weil ja, für das war die Form einfach nicht vorhanden. Bei der WM in Seefeld, da waren ja die viele Sprungbewerbe in Innsbruck, wie hast du da so die Stimmung erlebt? Schlecht, katastrophal, also ich glaube, das haben sie alle ziemlich verschlafen, ich glaube, damit hat ja keiner gerechnet, dass die Vierschanzentournee so ein Selbstläufer ist und wahrscheinlich komplett ohne Marketing, da hat die Stadien immer komplett voll sein, ist man halt wahrscheinlich davon ausgegangen, dass wenn ein WM ist, dass das Gleiche passiert, aber dem war absolut nicht so, es waren ja wesentlich weniger Zuschauer bei der WM als normal beim Tourneebewerb, obwohl ein Traumwetter war und ja, das ist in erster Linie daran gelegen, dass die Leute einfach nichts mitkriegt haben davon, dass es überhaupt eine WM ist. Das haben wir auch so erlebt, Oliver, gell? Das können wir absolut bestätigen, also das war wirklich von den drei WM's, wo ich dabei war, eben Oslo, Valdefieme und das mit Abstand die fahrerste, also jetzt von Stimmen. weil die Firmen eigentlich vom Ort her schon normal, also von den normalen Bewerbern natürlich relative Geisterbewerber sind und es eigentlich relativ leicht sein müsste, so ein Tal zu schlagen bei einer WM. Ja, ich komme nochmal zurück zur WM in Seefeld und die Sprungwerber in Innsbruck, das war tatsächlich so, das war echt ein wenig schade, dass da wenig Stimmung war und Oliver, du kannst dich vielleicht erinnern, wir waren da in einem Bierstirndl und da hat auch mit dem wir geredet haben, Kellner, Wirt, wer immer, hat gesagt, es ist eigentlich ein Wahnsinn, es ist nichts los und es ist kein Vergleich zu für Schanzen Tournee. Also irgendwie sehr schade, wobei in Seefeld schon eine Stimmung war, also Seefeld habe ich da stimmungsmäßig ganz gut erlebt, auch bei den Siegerehrungen und so, aber wie gesagt, schade, dass Innsbruck es nicht geschafft hat, auf Höchstform zu sein, partytechnisch. Genau so ist es, vorhin wir waren in Stimmung in Seefeld. Ja, Seefeld war wesentlich besser. Also an unserer Stimmung wäre es aber nicht gelegen, weil wir waren auch bei den Innsbruck Sprung bewerben gut in Stimmung, was im Inneren kann. Aber ja, so geht's. Du, ja, bevor ich meine letzten zwei Fragen stelle, würde ich ganz gerne noch das Wort der Woche einspielen. Das ist ja auch eine Rubrik von unserem Podcast. Wie hast du denn eins mitgebracht? Weil ich hab keins. Nein, ich hab keins mitgebracht, das spiel ich nachher wieder ein. Das wird nämlich unser lieber Freund, der Dida, das mal uns anbieten. Ah, vom Dida kommt das. Das ist schön. Das freut mich, dass der Dida auch mal eine Spende macht für das Wort der Woche. Lieber Dida, schönen Gruß an dich an dieser Stelle und danke für dein Wort der Woche. Wort der Woche. Ja, hallo Oliver, hallo Christian, da ist der Dida und ich darf mich heute mal bei euch aus einem anderen Grund melden als normalerweise. Ihr bekommt jetzt kein Feedback, weil ich bin nämlich live in eurer Sendung zu Gast und ihr interviewt gerade einen Skispringer, den Fetti. Hallo Fetti, vielleicht erinnerst dich nur mich, bin der Dida. Aber in Zeiten wie diesen habe ich ein ganz spezielles Wort mitgenommen und zwar das Wort Fatalismus. Fatalismus. Hat das irgendwas mit Vater zu tun? Ha, 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 nein, selbstverständlich nicht. Ihr merkt an meinem Zungenschlag, ich habe schon wieder ein bisschen was getrunken, das mache jetzt öfters. Seit ich im Homeoffice bin, aber das soll nichts zur Sache tun. Fatalismus, was bedeutet das? Es ist eine Haltung, der die Ergebenheit in die als unabänderlich hingenommene Macht des Schicksals das Handeln bestimmt. Passt irgendwie zur aktuellen Situation, glaube ich. Puschen, macht es weiter so, ihr seid super, wünsche ich alles Gute, Servus. Yes, ja, meine wichtige vorletzte Frage ist, was hältst du von Christoph und Lollo, lieber Manuel? Gibt es die noch? Ja, die gibt es noch. Ich habe die immer sehr cool gefunden, die Skispringer Lieder, ich habe sie leider noch nie live gesehen, weil die haben auch immer, weil du den vor dem Bierstündel erwähnt hast, die haben immer im Bierstündel gespielt, glaube ich, vor dem Weckkampf oder nach dem Weckkampf, natürlich bei mir sind nie ausgegangen, in den letzten 20 Jahren, weil die doch immer dabei waren, das wird sich aber sicher in den nächsten Jahren dann irgendwann einmal ändern und dann auch Zeit haben, mal im Stadion unten zu stehen, mit euch vielleicht ein Stiegelbier zu trinken und dann auf ein Christoph und Lollo live zu sehen, das war mal so ein Plan. Ja, wobei Christoph und Lollo ja jetzt gesellschaftskritische Lieder singen und keine Skispringer-Lieder, wobei man es, glaube ich, auch nachvollziehen kann, weil die gibt es auch schon seit 20 Jahren, oder? Die gibt es sicher schon seit 20 Jahren. Ein bisschen länger, Definitiv. Oder länger sogar, ja. Ich empfehle euch den Christoph und Lollo Podcast, den wir gemacht haben, anzuhören. Ach so, ja, die waren natürlich, das waren ja einmal deine Helden der Woche, lieber Oliver. Genau. Meine letzte Frage, bevor ich, wenn es für euch passt, die Abmoderation dann mache, ist, das ist nochmal natürlich eine sehr beinharte Journalistenfrage, jetzt mache ich nochmal auf was gefasst. Also, du bist ja eigentlich eine Zeit lang oder relativ lang eher so ein Babyface gewesen, hast du eh vorher schon gesagt, hast du jünger ausgeschaut, ein bisschen so ein glatterer Typ und dann hat es irgendwann einen Zeitpunkt gegeben, wo du dann plötzlich die mit Abstand coolste Matten im ganzen Skisprangzirkus gehabt hast und die ganzen Tattoos sowieso dann sich gehäuft haben und so. Warum war das so? Hast du da deine Freundin kennengelernt in dem Zeitpunkt und die hat dich dann aufgemodelt oder was ist da los? Nein, nein, absolut nicht. Ich glaube, dass ich vom Typ her immer schon so war. Gerade was die Frisuren und den Bart und so weiter betrifft, hat natürlich eine große Rolle als Bundesheer. Ich war dankbarerweise zehn Jahre lang Zeitsoldat und habe die Unterstützung genossen, was natürlich ein super System ist in Österreich für die Sportler, einfach um neben dem Selbstständigen extrem leistungsbezogenen Einkommen eines Skispringers, was von sagen wir mal minus zehn bis hundert gehen kann, auch irgendwo angestellt sein und sagen wir mal monatlich einen Lohn erhalten zu können, was einfach super ist und ich war einfach zehn Jahre lang beim Bundesheer von 20 bis 30 und da sind natürlich die Regeln für jeden Soldaten gleich, das heißt die Haare dürfen nicht über die Arraschung gehen und nicht ins Knack, also es ist nicht vorne Business hinten Party, sondern es ist überall Business und der Bart muss auch glatt sein, das haben sie leider erst vor ein paar Jahren gelockert das Gesetz, jetzt bin ich nicht mehr dabei, jetzt sind die Soldaten mittlerweile am Bart auch dran, wobei ich bin auch wieder glatt im Gesicht. Grüß euch im Hintergrund meine Kinder sind jetzt genau, meine Kinder sind jetzt eingekommen, sie hören die leider nicht, weil ich die am Headset habe, aber sie haben sich gedacht, die kennen die natürlich auch aus dem Fernsehen und haben sich gedacht, jetzt wollen sie mal vorbeischauen und wollen schauen, ob das wirklich stimmt, was der Papa erzählt hat, dass er heute eine Aufnahme macht mit Manuel Fettner. Winkt sie mal in die Kamera, Kinder. So, vielleicht eine schöne Schlussfrage, weil gerade deine Kinder lieber Chrissy da waren. Die kämen ja öfters mal am Podcast vorbei. Genau, stimmt, er ist schon gewohnt. Manuel, Familiengründung für dich auch eine Option? Sicherlich, aber im Moment noch nicht. Der Plan ist, Masterarbeit, Studium beenden, das ist Plan eins, dann springen und sie gehen, wie es wird, das sind maximal zwei Jahre oder minimal maximal, also zwei Jahre wären cool, wenn es aufgeht und wenn es nicht aufgeht, dann nicht. Und dann wird es mit Sicherheit irgendwann mal Familienplanung ein Thema werden, aber im Moment ist es noch keins. Ja, da wünschen wir dir natürlich viel Erfolg für die nächsten zwei Jahre springen und oder für die Familienplanung. Genau. Ja, passt, was machst heute noch, wann wir jetzt unser nettes Gespräch, unsere Plauderei beenden? Ja, jetzt werde ich mal was zum Essen machen, dann kommt sowieso die Mittagsschlafzeit. Ja, sehr schön, auch Mittagsschlaf ist großartig. Und dann werde ich mich wieder an die Arbeit setzen und schreiben und vielleicht noch eine Runde spazieren gehen, mit dem Hund wieder mal raus. Ab kurz und weiterschreiben. Im Prinzip kein besonderer Tag. Alles klar, dann sage ich danke, lieber Manuel. Ja, bitte, war eh cool. Ja, danke auch. Euch wieder mal zu hören und natürlich die Hoffnung steht natürlich zuletzt, dass wir uns doch alle gemeinsam im Juni beim Crossbotscher wiedersehen werden auf die Bannonia Fields. Unbedingt. Das wäre eine wunderbare Geschichte. Da würde mir auch gefallen. In dem Sinne sage ich jetzt mal, hoffentlich passt es im Juni wieder gesund bleiben, liebe Leute. Danke. Bevor wir mit der Bananen Rubrik verabschieden, letzte Worte an die Fans vielleicht noch von Manuel, hast du noch irgendeine letzte Botschaft? Ja, im Moment sagen eigentlich alle immer, passt euch auf euch rauf, bleibt gesund, bleibt daheim, in Quarantäne. Ich kann es schon langsam gar nicht mehr hören. Ich glaube, jeder von den Zuschauern weiß selber am besten, was für einen gut ist oder für sich. Und ja, freut mich einfach, wenn ein paar eingeschaltet haben. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube euch zwei auch, das ist immer das Wichtigste. Mh, die Bananen auf jeden Fall. Ja, dann habe ich noch eine Frage an den Christian und die lautet Was magst du lieber? Ein wunderschönes Stück Holz oder Bananen? Das ist voll noch eine Tische Körn weil es warst die Körn Wölz auch was Körn 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 Bananen Körn 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 Vielen Dank. Vielen Dank.